Der Chip-Hersteller Qualcomm hat sich mit seinen Aktionären auf eine Zahlung von 75 Millionen US-Dollar geeinigt, um so eine Klage wegen betrügerischer Geschäftspraktiken beizulegen. Die Anleger warfen Qualcomm vor, den Aktienkurs zwischen 2012 und 2017 künstlich in die Höhe getrieben zu haben. Die Einigung muss noch von der vorsitzenden Richterin genehmigt werden. Die Abstimmung über die sogenannte Chat-Kontrolle in der Europäischen Union wurde kurzfristig abgesagt. Die belgische Ratspräsidentschaft hat die Abstimmung von der Tagesordnung des Treffens der ständigen Vertreter gestrichen. Wann die Abstimmung nachgeholt wird, ist unklar. Kritiker warnen vor einer EU-weiten Massenüberwachung, die das digitale Briefgeheimnis aushebeln würde. Anbieter von Messenger-Diensten drohen mit der Abschaltung ihrer Dienste in der EU, sollte die Verordnung zur Bekämpfung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs in ihrer jetzigen Form verabschiedet werden. Die deutsche IT-Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann hat eine Sicherheitslücke in der Bund-ID aufgedeckt. Diese ermöglicht den Zugang zum Bürgerkonto und damit zu digitalen Verwaltungsdienstleistungen. Die Schwachstelle liegt in der Implementierung der Security Assertion Markup Language, die bei der Bund-ID als Authentifizierungsverfahren zum Einsatz kommt. Nachdem Wittmann die Lücke öffentlich machte, wurde das System mit der Schwachstelle innerhalb von Stunden abgeschaltet. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI warnt vor angreifbaren Codeschmuggel-Lags in tausenden Exchange-Servern in Deutschland. Demnach sind mindestens 42 Prozent der Exchange-Server mit aus dem öffentlichen Internet erreichbaren Outlook-Zugängen in Deutschland betroffen. Das BSI und der Verfassungsschutz haben daher Administratoren dazu aufgerufen, verfügbare Updates schnell einzuspielen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.